Mein Name ist Mohamed Abim und auf dem Nationalistema 2011 habe ich die Verantwortung des Sektri-Istema. Ansonsten arbeite ich der Nationalamt der TAL-MDR als Sektri-MUMI. Und die Aufgaben des Sektri-Istema sind die Koordination des gesamten Istema, Anfang bis Ende. Er arbeitet sozusagen als Rechtshand des Muntizemi-Ala und koordiniert mit ihm alle Shobajjats. Von der ersten Vorbereitung bis zum letzten Abbau. Und unter meiner Shoba arbeiten zuzeit zwei Muntizemi. Zum einen Muntizemi-Altal-Büro und zum anderen Muntizemi-Reporting. Und als wir erfahren haben, dass Asuriaktis am Istema teilnehmen wird, mussten wir natürlich die komplette Vorbereitung, die wir Wochen und Monate vorher schon angefangen hatten, nochmal neu überdenken, überarbeiten und vieles auch umstellen. Viele Programme wurden verschoben und dann das große Event, was im Istema natürlich dazu kam, war eine Sitzung der Erzfahl-MDR, der Erzfahl Deutschlands mit Asuriaktis, so dass wir das in unseren Plan einplanen mussten und dadurch auch sich vieles verändert hat für uns.